A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Hallo, meine lieben Schaf und willkommen zu einer weiteren Runde Bwende 1wz1 hier vom VW-Server mit dabei Ito Ping nn! пишet ab de' ich dachte mir wir spielen 1wz1 Zubidubidu! Video gehen Wieso ist 1wz1 2 und 3 offline? Egal, Hauptsache es funktioniert irgendeins So, jetzt bin mal hier kurz in einer Lobbytag ey okay jetzt streiten wir alle haben wir haben hier gemacht dass man das ist ein Zünder Prozent natürlich bei der Maschwelle aus dann kommt er noch kein Schaden ich bin ja dann vor ich dich noch aus und mit woanders waren die Welt mit einem L jetzt ging die B ich hab das noch nicht in er gut jetzt ist die Saison doch eigentlich so hat man zwei Schellen gut was und zweiteln muss ein zahlrecken als man hat man hat und keine Ahnung wir mussten wir mussten mal abändern habe hat sie aus dem Inventar ich will warum wird er etwas zu beantworten du bist das ein pvp das ist schlecht in der Klinik ich bin nicht wenn ich mich nicht nicht schlecht das zu und gut ich kann nicht schön sehen so hochgefunden aber Ah, da. Denkst du, dass du mir ne Bogen-Kombo geben kannst, oder was? Hab ich nie behauptet. Ja, doch. Oh, du hast noch drei Herzen? Ja, hatte ich. Es ist ein bisschen verbackt. Manches ist Englisch und manches noch Deutsch. Das werde ich jetzt gleich nochmal übersetzen. Weil wir das Placke neu aufsetzen mussten, weil das ein bisschen rumgespackt hat. Ich wollte halt gestern schon eine Aufnahme machen. Für euch wäre das Video eh am gleichen Tag rausgekommen. Junge! Was ist denn Piggi jetzt, da? Ösel. Warum gibt's noch eine Steinspitze? Ich hab jetzt schon 10, 20.000 Steinspitze angeboten, bitte. Ja, das weiß ich eigentlich durch die Raketen abeinander, ne? Es gibt's derzeit nur eine One-With-One-Map, aber wir werden natürlich noch, es werden noch mehr natürlich kommen. Mit natürlich jedem App hat ein, hat anderes, ähm, hat anderes. Lustig, hier ist natürlich auch das vorm Kampf, vorm Kampf kommt natürlich auch Feuerwerk, das ist natürlich auch dead logic. Ja, das soll eigentlich nach dem Kampf erst kommen. Alter, was hast du denn für eine weitere Wave? Ja, das lag daran, dass ich den Burgesschuss vorgegeben habe. Und das war gerade wieder angekommen, verstehst du? Ach so. Ja, wie gesagt, ich bin nicht der Besten in PvP. Ja, du triffst mich nicht, mein Freund. Nein, ich treff dich nicht. Oh Gott, es bitte, Valenius. Er steht nicht, die... Oh, was war das? What the fuck, I'm doing? Komm, man wieder, was? Was, du hast es noch drei Herzen? What the fuck? Ich hatte doch voll viel am Anfang. Ich sehe, ich bin schlecht. Das ist ja total abgekackt. Aber du hast mich sogar noch relativ gut bekommen. Äh, kennt... Könnte eigentlich irgendjemand von euch Zuschauer ein Nick-Placken programmieren, weil... Ich hab keine Ahnung, wie das mit dem Plack... äh, Nick-Placken. Ein Placken habe ich zur Vorhandlung, aber nicht mit Nick-Placken, weil... Ja, keine Ahnung. Ein ins Rest-Duell an. Warte. Ihr könnt gerne hier auch mal spielen, dann komm, gerne. und gegeneinander auch mal spielen. Könnt ihr... Lasst euch hier deinen fucking Ernst. Ja, gut. Frag mal kurz was in den Chat. Ja. Achso. Ich hab mich wieder entdeckt. Ich werd gleich einfach mal was ausprobieren. Ja. Wie ihr seht, bin ich schlecht. Und warum ich so schlecht bin, seht ihr gleich. Wie sie sehen, sehen sie nicht, und warum sie nicht sehen, sind sie gleich. Wer Bock hat, wir machen auch noch, ähm, bald, äh... So weit, wir gehen jetzt vielleicht drauf, aber wir werden das... Oh Gott, nein, das verliere ich, das verliere ich. Nein, das verliere ich. Verliere ich. Ja! Ich hab gewonnen! Oh Gott. Jo. Oh, Hummel. Ey. Wenigstens ein Battle-Gewinner. Führ'n Lebensraum. Wo bist du? Fakt, du hast'n, äh, Heiltrank gegessen. Ich war das. Ja! Aber das kann ich, kann ich alles bringen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich gerne mal vorbeifauen. Ich werd' natürlich, äh, ja... Ihr fährt hier ein bisschen was vornehmen an der Änderung. Wir können natürlich auch mal zusammenspielen. Wir konnt, ihr konnt natürlich auch mal einen anderen Spielmodi spielen. Wie zum Beispiel, Teppel-One-Is-On, nur irgendjemand hat hier aus Versehen die Lobby zerstört. Äh, das wollte ich eigentlich schon gestern reparieren, aber... Na, ob das aus Versehen war, ist auch ne andere Frage. Weil der hat uns, äh, dieser Typ gestern, ne? Der hat uns, äh, zum Buch gegeben. Oder der hat mir, was ich sag, zum Buch gegeben, wo so ein Text drin stand, ne? Ich hab' keine Ahnung, wie er das gemacht hat, ne? Das ist ein Hack-Plugging. Das ist gesagt, ich soll da draufklicken. Das ist der Ort, links in den Chat. Das war einfach so eine schlechte Idee, zu D-O-P. Da hat der halt ja einfach so letztlich Brust 4 gemacht und das überweckt. Ich kenne das Plugin, und zwar... Ja, klar. Du, du, du weißt ja, dass ich letztens in WhatsApp gehackt wurde, ne? Ja, ja. Und den gab's, den Typen gab's ja auf YouTube. Und der hat halt so ein Hack-Plugging vorgestellt und... Und ich hab mir das einfach mal angeguckt. Das war halt mein erstes Video, was ich da angeguckt hab. Und, ähm, ja. Ja, dort... Dort hat er das mit diesem Buch gezeigt. Naja, das wär's eigentlich gewesen. Wir sind jetzt bei 6 Minuten eigentlich nur. Das geht voll. Aber, wenn's euch gefallen hat, lasst natürlich eine positive Bewertung da. Wenn's jetzt ein ganz bisschen mal geleckt hat, liegt's daran, dass ich... Im Hintergrund noch ein bisschen rennen da, also... Nicht wundern, wenn's jetzt heute mal ein bisschen mehr Lacks gab, weil... Ja. Ich hab halt noch ein bisschen gerendert, aber... Das hab ich eigentlich mit der GPU gemacht, also... Grafikkarten... Lacks, deswegen hab ich jetzt auch nur... Äh... Fast 200 FPS statt 250. Ist mir aber auch egal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute! Ciao!